erster april ist gegen bayern ach du scheiße lol und ich bin melinata geburtstag irgendwie was ist das ist es ein samstag es ist samstag 18 30 hallo hallo melina wir müssen reden wo bist du warum höre ich da musik alleine ja natürlich könnte aber auch eduheit sein vorglühen mit festhalter 160 sport hallo langsam wird es durchsichtig langsam ist ein alibi nicht mehr also wirklich langsam wird es durchsichtig dein alibi also ich habe eine frage an dich erster vierter ist ja dein geburtstag richtig wie formuliert das jetzt wir machen ja was an deinem geburtstag den ganzen tag oder gibt es da so zwei stunden die man zeit hätte eventuell für dortmund gegen bayern münchen 18 30 ohne verlängerung ist gibt max 90 plus nachspielzeit ja wenn es dir so wichtig ist dann kannst du es gucken aber ich gucke es dann vielleicht nicht verkackt jetzt schon verkackt das ist ein trojaner ich merke es wärst du sauer ja warum du verpasst ja dann zwei kugelstunden also du hast ja den ganzen tag geburtstag aber wir bleiben mit dem samoritz und gucken uns das spiel einfach mal an machen uns einen schönen tag ja ich komm mit und dann 18 30 machen wir eine kleine pause da ist eh schon dunkel naja mal gucken ok du musst mich jetzt auch noch mich zu fragen ob du fußball gucken darfst nein ich würde fragen um zu sagen dass ich liebe ich dich auch ok mein fußballkofi 20 saisontore kommen nicht von irgendwo ok ok ciao naja das ist ober ich kenn das wir kennen die spielchen wir kennen die spielchen wir kennen die spielchen ah gut 15 uhr 30 digga wollt ihr mich verarschen warum ist das spiel um 15 uhr 30 was ist denn da das topspiel was soll denn da das topspiel um um 18 30 sein ja 18 30 ja ne ihr seid die besten 15 30 erster vierter 18 30 boop passt mach fertig illegal was du tust bei dir hat alles Hand und Fuß du hast den Machern Blut illegal was du tust du bist viel zu gut ja hm hm hm